So, gut. Das haben wir mal. Okay, wir müssen den Brückenkran anschmeißen. Gucken wir doch mal, wo das ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal Ruhe. Wo geht's denn hier lang? Ah ja, hier waren wir. Irgendwo müssen wir den Brückenkran anschmeißen. Was liegt denn da hinten noch rum? Na ja, gut, nehmen wir jetzt mal mit. Wir waren doch vorhin schon irgendwie da drüben. Aber durch mein wildes Hin- und Hergerenne habe ich keinen blassen Schimmer, wie wir da wieder hinkommen. Hier vielleicht. Ah. Okay. Na dann. Gehen wir mal hier rein, ne? Und anschalten. Ich dachte, da kommt jetzt was Spektakuläres, aber anscheinend nicht. So, dann wieder hoch. Wer wollte denn hier schon immer alles gerade anfahren? Hier. Wir bewegen uns jetzt vom Turm aus weiter. Die Minen sind entschärft. Wyatt geht voraus. Hatten gerade ein Gefecht. War knapp. William, ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen... Na ja. Aufgeregt. Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja. Ja. Max Hass. Okay. Ja, haben dich alle gehört an, ja. 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 Ach du Scheiße, da oben ist wieder so ein dicker. Na dann lassen wir mal herkommen. Guck mal nachladen. Wird bestimmt ein komplettes Magazin für den Gebrauchen. Ach. Nee, ey. Okay. Ja. Die offensive Art und Weise hat mich noch nie weitergebracht. Ja. Ja. Max Hass. Also dich hören sie alle an, ja. Wir machen das nochmal. Und schön auf die ruhige Art und Weise. Nehmen wir da die Rüstung mit. Und dann verstecken wir uns mal hier unten. Der guckt mich direkt an. Ach du Scheiße. Das heißt wohl, er hat mich entdeckt. Ich bin schon mal hier. Ich bin jetzt nicht mehr Pftu. Okay, so war ein効果. Ich bin jetzt schon jung. Spann's Black, ich bin jetzt ab und rufen. Oh, v 치�ajche ich wieder. Aber egal. Nehmen wir jetzt doch mal rein. Where? Das war gar keine schlechte Idee, dass wir da runter sind. Hat uns aber auch einiges gekostet hier an Leben und Rüstung. Rüstung wieder alles. Leben haben wir bloß noch 20, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier einfach so losstürmen können. Wir müssen erstmal wieder gucken, dass wir Rüstung und so weiter finden. Soll ich da unten rein? Ah, wir haben Rüstung, das ist schon mal was. Das ist auch gut, 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 gut. Da haben wir ziemlich viel verballert. So. Ist da unten noch irgendwas? Nein? Na ja, gut, wir stehen jetzt mal relativ gut da. Wir müssen uns den Weg freisprengen. Ja, super. Und wie? Na so nicht. Da können wir mal aufladen. So. Weg aufsprengen. Gibt hier irgendwo Sprengstoff rum? Schmeißen wir mal eine Granate. Schmeißen wir mal eine Granate. Nein? Gucken wir vielleicht, liegt da unten irgendwas rum? Oh. Okay, da ist ein Tank mit Propangas drin. Äh. Könnten wir als Sprengung durchgehen lassen, oder? Da ist jetzt ein Loch in der Wand. Okay. Die Tür ist zu. Rüstung haben wir voll. Okay. Na dann geht es da mal runter, ne? Das sieht mir aus wie so eine Arena. Das ist überall ringsrum, ist zu. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Oh. Und laufen. Gibt das Scheiß schief noch? Kacke. Okay, wir wissen auf jeden Fall, was uns da jetzt erwartet. Ball um, Ball um, Ball um, Ball um. Okay. Ach, ne. Okay. Stur stehen bleiben bringt wohl gar nichts. Und da bringt auch nichts. Und das bringt auch nichts. ach du grüne neune da kommt auch noch so ein dicker ich möchte das lasergewehr haben was der hat das ding ist ja mal scheiße was wir da haben möchte das lasergewehr manövier mich selbst und die falle hier sick in der hölle ach du scheiße ok es hat keinen sinn wir müssen einen blöden hund da wegkriegen bringt nichts hier wir haben entdeckt bekommen aber sind direkt direkten zu und ja schmeiß mir granate hier rein ich weiß nicht ist das eine gute idee hier unten ja ja ist es nur wo kriege ich das ding voll geladen kacke ok 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 ist ganz cool ja ballern das fließt weg ja komplett komm 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 kommt bei unten bei unten bei unten haben wir jetzt alles nicht ich weiß es nicht haben wir es erledigt wir haben es erledigt müssen aber geduld haben wir müssen geduld haben also direkt drauf gleich wieder kommt gleich drauf ja 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 Fick in der Hölle Ich weiß, wo ich nicht gehen soll Fick in der Hölle 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 Fick in der Hölle